Marie Ducrüt, neues Foto ihren wachsenden Babybauch. Seit ihrer gemeinsamen Zeit an der französischen Wirtschaftsschule Ecole de Commerce kämer sind Louis und Marie unzertrennlich. 2019 gaben sie sich das Ja-Wort. Nun, über zehn Jahre nach dem Beginn ihrer Beziehung, steht ein weiterer Meilenstein bevor, Marie erwartet ihr erstes Baby, und stolz zeigt sie ihren wachsenden Bauch auch auf Instagram. Nur einen Tag nach ihrem 30. Geburtstag postet Marie ein wunderschönes Foto von sich auf Instagram. Und hier wird deutlich, der Babybauch der Monegassin ist fleißig gewachsen. In einer pinkfarbenen Bluse mit dezenten Brokatdetails in florale Muster posiert sie vor der Kamera. Ihren Babybauch umfasst sie dabei liebevoll, den Blick richtet sie mit einem leichten Lächeln in die Kamera. Goodbye Adventis, Welcome Big Bailey, schreibt sie zu dem Foto und bedankt sich für die Glückwünsche zu ihrem Geburtstag. Seit dem Nationalfeiertag in Monaco wurde über eine mögliche Schwangerschaft von Marie spekuliert. Denn auf den Fotos aus Monaco zeichnete sich unter dem Kleid der Monegassin deutlich ein kleiner Babybauch ab. Am 23. November bestätigte das Paar endlich die freudigen Neuigkeiten, Louis und Marie werden Eltern. Seitdem teilen sie ihr Glück regelmäßig in den sozialen Netzwerken. Ob im Partnerlook zu Weihnachten, schick herausgeputzt zum 30. Geburtstag von Louis oder sommerlich im Bikini aus dem Liebesurlaub auf Mauritius. Das Paar ist überglücklich und lässt ihre Community an seinem Glück teilhaben. Mit 30 Jahren scheint Marie Dugrüt nach eigenen Angaben im perfekten Alter für eine Schwangerschaft zu sein. Bereits im April erzählten sie der französischen Zeitschrift Pointe vor, dass 30 Jahre das perfekte Alter sei. Um mit der Familienplanung zu starten. Nur wenige Monate später wird die Schwangerschaft verkündet. Anfang Dezember gab das Paar im Rahmen einer süßen Baby-Shower-Party dann bekannt. Dass es ein Mädchen erwartet. Umringt von weißen, goldenen und eben rosa farbenen Luftballons zeigen sich Louis und Marie gut gelaunt und überglücklich. It's a girl, schreiben sie aufgeregt unter das Foto.